ja hallo liebe weit genossen und naturfreunde bin jetzt mal mit dem hund und mit der flinte unterwegs haben ein paar brenniger eingesteckt will hier mal schauen in der schiff partie ob der sound drin sind und wir werden gleich sehen das ist ein ziemlich großes schiff gebiet hier und mit einem hund und so das ist auch alles ziemlich schwierig und eigentlich auch eine aussichtslose sache da war es sind keine da los noch mal so hat den hund hier jetzt mal reingelassen im schiff es war ein bisschen wasser drin aber da gibt es überall trockene stellen so kleine anhöhen drinnen mal sehen ob er die sound findet dann wird er auch gleich laut geben also dahinten muss er sich irgendwo befinden so jetzt gibt der hund schön laut jetzt ist er dran laut kommt dichter laut laut Ich habe meine Kasse nicht rausgekriegt, Jungs, schade, ne? Ja, ich habe Spaß gemacht, ne? Na los. Das war die.